Stimmt Char-Char ist der mit der einen Faust Ich denke ist der mit zwei Fausten Also LPS versuchen wir jetzt aber mit Shotgun Und wirklich nur wir beide zusammen Die restlichen sind scheißegal Ja so die Shotgun muss ich mir gleich ausrüsten Ja auf jeden also wir bleiben einfach zusammen Gut dann komm lauf du mir nur hinterher Ich bin schon weg Jetzt bin ich vor dir Hehehe Hehehe Naja Wichser Aber ohne Scheiß die anderen sind schon sinnvoll Also man muss vielleicht überlegen wie oft man für die umdreht so aber Noch kein einziges Paar der Stiere Also natürlich die Helfer im Hof ja Aber die kosten so viel Energie Ich will sie mal heilen Äh nicht 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 das ist so viel wie die hier was Ja aber dann müssen wir jetzt nicht gleich hoch Die geht eh da Nein wir müssen Wir müssen nichts kommen So hast du gar nicht zugehört oder was Ach du läufst in die Richtung Ach das ist wie Warte kurz ich muss hier einmal kurz Äh 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 Ich nehme hier kurz ne andere Doch ich hab mir ne andere Dings genommen Ich habe dir einen schönen Tag Digga bist du schnell Oh ok 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 ich glaube es ist tatsächlich so je länger wir brauchen desto stärker werden die angriffe das heißt es ist schon schlau als erstes diejenigen zu holen die weit weg sind wir müssen jetzt mal die oben rausschmeißen, weil oben kann man es einfach aufschauen du kannst schon unten die beiden wegfahren nicht, weißt du wo du rauskommst? ja, ich wurde gerade angekotzt und hier hat nichts so hochgegeben mein Gott, wo sind sie denn da? zwei Tanks? oh mein Gott die Tanks sind echt heftig wichtig, dafür haben wir keine scheiß Zeit aber das ding ist halt, wenn die beiden noch mitkämpfen können wir halt mehr tragen, weißt du? sonst muss ich mal da einreden und dann attacken wir so einen scheiß ne ne, weckst du dich mal ich will doch mal weckst du dich ich will mich einmal verarzen ich will mich einmal verarzen auf mir der ich will mich diese die 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 Ich glaube hier ist ein größer. Anzieher Schuss. Dann die Hörer fahren, dann die Hörer fahren. Okay. Dann wieder hinten, ne? Noch weiter weg hätte man es ja auch nicht passieren können, dann ziehen wir es ja weg. Oh fuck my life. Tank! Äh, oh! Der Frischheil. Naja, aber ich kann gerade aufgehen ein. Ich kann gerade aufgehen ein. Down, ich halte mich kurz. Wollen wir noch einen zweiten? Äh, ja, versuch mal in Richtung Generator zu werden. Das ist ein Schalter. Das nice ist, wenn es nicht viele sind, ist man hier echt safe. So viel zum Thema, lass mal mitzählen jetzt. Also wir haben eins, zwei, drei, vier... Du musst doch nur zählen wie viele es sind. Hier sind zwei, drei, vier noch. drei, vier noch. Ja, ein da hinten. War hier zu. Ok, ich habe einen hier unten. Komm, kommst du mit? das müssen wir jetzt auch hier nicht, das müssen wir jetzt auch hier noch auf dem Weg, uiuiui was bist du denn? das sehe ich nicht, da ist gut da oben ist auch noch einer ja, du bestellst, oder ich bestell dann Entschuldin so theoretisch müssen wir ja eigentlich alle haben mitzuladen vor allem in der Zeit, ey aber wir können aber können aber einer zur Zeit befüllen sehr gut I got a can fill in the generator kill me five one more in the jenny oh 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 der hat das auto umgeschmissen holy shit fill in the generator one more in the jenny reloading one more in the jenny ja man final fucking die alda ja zum ron jetzt gehts los last wave incoming auch nice wie super safe und easy die da oben chillen können naja oh hier hängen wir in der und da wir können einer von den oben Ja, zum Rettungswärtsfall. Mein Gott, final fucking D, Alter. Ich kann das nicht mehr so sagen, das ist erfolgreich. Aber es ist fort funny gerade, es ist genug fort funny. Passt auch perfekt, man. Errungenschaft, Fackelträger. Guck mal, ich kriege nur die ganzen Errungenschaften. Ich habe das anscheinend noch gar nicht so weit durchgespielt. Ein Unterverwindungsversuch zum Server brauchen, wenn ich will. The Passing. Coach als er selbst, Tuschell als er selbst. Du als Alice, ich als Nick. Ich bin am öftigsten gestorben. Ich war fast öfters aus dem Gefecht. Ja, äh, ausgelösen. Nahkampfskill, Hunter. Guck mal, Rochelle und Coach haben 14 und 10 Hunter gekillt. Wir nur 8 und 5. Du hast natürlich 1, ich habe 5. Das war auch mal wieder klar. Mann, ich bin fast über ganz unten. Das ist echt deprimierend. Am wenigsten Schaden erlitten. Da bin ich an zweiter Position. Perfekt. Ja, weil ich auch weiter. Ey, lass direkt los. Alles klar. So, nach dem dritten Versuch. Ach, da gehst du längst. Bist du einfach bei der anderen Seite vom... Ja, wusste ich schon nicht, dass man von... Normalerweise, weißt du, wenn du irgendwo runterfährst, passiert es. 2.866 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Und damit, meine Freunde, eine wunderschöne gute Nacht. Oder was auch immer. Einen guten Morgen, hätte er gesagt. Aber, also ich geschlafen. Ja, Mann. Auf Wiedersehen. R cuOL. Super. Auf Wiedersehen. R cuOL. Vielen Dank.